Schweine Wo ist diese Kräuterfrau? Ich will sofort Rechenschaft Oder Rechtschaffenheit Guck mal, vielleicht ist die auf der Karte eingezeichnet Das wäre ja gar nicht so doof Okay, hier haben wir auf jeden Fall Den Schmied und so weiter, den sehen wir Hat's denn hier noch irgendwo, vielleicht ist das die Kräuterfrau? Auf jeden Fall, das ist ein eingezäuntes Gebiet, deswegen Finde ich das interessant, ich markiere das mal Könnte sein, dass dort die Kräuterfrau lebt Da ist das verlassene Dorf Da komme ich irgendwie noch nicht hoch Da ist auch anscheinend ein Schleifstein Ähm, aber gehört das denn noch zusammen? Das sind ja schon wieder verschiedene Dörfer, oder? Ich gehe nochmal zurück zu dem Kollegen Und frage mal, ob der mir nicht sagen kann, dass die Kräuterfrau ist So, einmal vorbei Dich auch, mein Freund 1, 2, 3, die alte Hex kommt vorbei Mein Papa hatte auch mal ein Schwert Das ist schön So, wo ist der gute Herr hin? Bist du noch da? Hallo? Hallo Okay, hier ist keiner mehr Gehe ich wieder raus Stehlen, Tobi, kein Achterfrau steht da, glaube ich, oder? Vielen Dank, Meister Tausend Dank Ja, das ist schön Danke Entschuldigung Hm Das könnte sein, dass das ein, äh, Ding ist, das sich uns später eröffnet Gut Gut, Plätze Komm heran Wir gucken jetzt da oben mal zu dem Fragezeichen Plätze Oh, ernsthaft? Kommst du da nicht rüber? Huch Das war jetzt Quick Loot Nein, das Schwert wieder weg Pack das Schwert wieder weg Ganz cool, Lutscher Äh, springen war Hier Ne Springen Achso So Ja, ein bisschen brauche ich mit der Steuerung noch Los, los Ja, du wirst Wumpfst Hühner Ich denke nicht, dass du eine Kräuterfrau bist Wir schauen mal da oben hin Äh, vielleicht nicht durchs Wasser Wo bin ich denn da rüber? Er hat viele seltsame Dinge gesehen Ist da vorne eine Fuhr? Ich glaube, hier vorne komme ich rüber, ne? Hier ist tatsächlich eine Fuhr So nennt man das Die Stellen, an denen man über einen Fluss oder einen Fluss rüber reiten kann Äh, links Das Medaillon vibriert Was müssen wir mit der Nacht sagen? Oho Okay, die Zahl links von Musikleinspalten eines Gegners steht für dessen Stufe Wenn die Zahl rot ist und ein Totenkopf angezeigt wird, dann ist der Gegner viel stärker als du In solchen Fällen solltest du umkehren, dich angemessen ausrüsten und ein paar Stufen aufsteigen Okay, ciao Was ist das für meine Vorstrich-Panik? Oh, 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 und ich auch So Gut Da wohnt auf jeden Fall schon mal keine Kräuterfrau Langsam Ich sollte vielleicht auch erstmal noch in dem Dorf bleiben und mich da ein wenig noch umgucken Weil ich will diese Kräuterfrau finden Verflucht Entschuldigung, ich sollte nicht über den Kopf laufen So Halt Wo könnte die gute Dame denn hier hausen? Nein, ich kann sie wieder wegpacken Ausgeburt der Hölle mit Schlangen-Daumen Was? Habe ich mir den Namen gehört? Halte ich bloß von mir und meiner Familie fern Ein paar neue Dorf mögen mich aber schon Habe schon tolle Taten vollbracht Zu Ärger? Nein, ich suche die Kräuterfrau So, hier Vielleicht die, äh, Gast bitte Könnt ihr mir verraten, wo der ist? Brauchst du sonst noch was? Magst du das Gesetz, Nilfgaards? Was gibt's da zu mögen? Es ist wie jedes andere auch Man wird besteuert, dies und das wird requiriert Aber sie sichern den Frieden im Dorf, das muss ich ihnen lassen Trauerst du nicht um Temerien? Ich habe vor einem halben Jahr darum getrauert, als König Volkist ermordet wurde Jetzt, jetzt will ich nur Frieden Nun gut, dann halt dich Lebe wohl So, König Volkist Da wurde uns tatsächlich im zweiten Teil nachgesagt, dass wir den getötet hätten Was aber natürlich nicht der Fall war So, äh, wer bist du denn? Die Kaufmann Sei gegrüßt Okay, du scheinst aber nicht unbedingt gute Geschäfte zu machen Na gut, dann gehen wir hier wieder raus Ich will die Kräuterfrau finden Verflucht Die Kräuterfrau? Nein Hier im Haus vielleicht? Kräuterfrau? Hallo? 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 Du vielleicht? Hallo, du bist ein Junge Hallo, jemand da? Oh, hier hängen aber viele Kräuter Ist hier vielleicht auch eine Kräuterfrau anwesend? Nein Ist doch Wahnsinn, wie die Häuser direkt mit dem Stall verbunden sind So, als hätten wir eine integrierte Garage im Haus Also, ohne Tür, ohne alles Mutant Ja, ich weiß Kann es jetzt auch nicht mehr ändern Was haben wir hier für eine Hütte? Kann ich hier hinten rum? Vielleicht Ah, ich hänge hier fest Verfluchte Pflanzen Okay, das ist auch nur eine Bäuerin Die müsste doch irgendwo sein Verflucht, noch eins Nein, nein, nein Gut, gehen wir wieder Was macht der denn da feines? Welche Kräuter? Nein, nein, nein Ich weiß was ich weiß Elsa zieht sich für die schwarzen Augen Elsa? Wo ist denn Elsa? Oh, ich hab was kaputt gemacht Das tut mir leid Kann ich wissen, dass die Flasche direkt hinter der Tür liegt Ja, Iglo hier Hm, gibt's hier neue Zettel? Oh, tatsächlich Äh Suchenflug zum Ausleihen Äh Ich lese das jetzt nicht alles vor Oh, das könnt ihr gerne in Ruhe tun Wenn ich hier auf Pause drücke Äh Oh Auf die Befehle, bla 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 Ja Ja Kennen wir alles schon Die neue Ordnung, äh Der ist eigentlich Nichts besonderes Dieser Tür habe ich tatsächlich schon gefunden und auch gemeuchelt Ähm Mutant Ich geb dir gleich Mutant Es war eine ordentliche Portion ins Gesicht Okay, Geld haben wir glaube ich noch nicht genug um uns irgendwie aufzurüsten Ich vermute ich muss tatsächlich jetzt Heil her sehr Äh Ja Ins nächste Dorf Und Werde da nach Geneva fragen müssen Ansonsten gibt's nichts zu tun für uns Wir haben alles erledigt Ja Dann würde ich sagen, das machen wir auch Aber tatsächlich In der nächsten Auf neovne Session Und ich hoffe ihr seid auch wieder mit dabei Sollte die Folge hier zu kurz sein werde ich es natürlich zusammenschneiden Und dass ihr dementsprechend auch eine ordentliche Folgenlänge gehabt Aber an dieser stelle Sag ich schonmal Bis demnächst Tschö Dann sind wir auch schon wieder hier bei The Witcher 3 Wild Hunt Und Und da wir in der letzten eh Aufnahme Session Keine Möglichkeit mehr gefunden haben uns äh einer weiteren Nebenquest zu widmen würde ich fast vorschlagen, bevor wir nämlich hier hochgehen, um nach Jenafer zu suchen, dass wir eventuell das ein oder andere Fragezeichen hier einfach mal ansteuern und mal gucken, ob sich da vielleicht etwas Interessantes für uns verbirgt. Und ja, ich bin eigentlich versucht, obwohl hier unten könnte man tatsächlich noch welche ausräubern. Oder hier oben. Ich würde fast vorschlagen, hier runter zu gehen. Und dann schauen wir uns das hier einfach mal an. Ist natürlich ärgerlich, wenn es sich jetzt tatsächlich um ein Nest handelt. Das werde ich nicht so einfach ausmerzen können. Aber wir versuchen es einfach. Ups. Ja. Einmal hier rum, bitteschön. So, weil irgendwie müssten wir ja noch irgendwie im Level steigen und... Apropos Level steigen, jetzt würde ich mal... 892 von 1000 habe ich, okay. Das scheint ja echt extrem schwer zu seinem Level zu steigen. Also entweder gibt es hier massig Aufgaben, um hoch zu steigen, oder man steigt nur bis Level 3. Wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Aber gut. Oh, okay. Das sieht mir sehr nach Lecker aus. Ja. Äh, Lecker sag ich immer. Ist ja ein Entrunk, ne? Pferd. Pferd. Hier, geh mal bitte so, wie ich das gerne hätte. So, die möchte ich nämlich tatsächlich dann auch von hier unten bekämpfen. Ich glaube, mein Pferd haut ziemlich schnell ab und das lässt sich im Kampf... ...immer recht schwer steuern, beziehungsweise unter Kontrolle zu halten. Okay, so. Einmal Silberschmerz, bitteschön. Silber. Jawoll. Nun gut. Dann schauen wir mal. Erstmal einen Schutzzauber. Kommt denn schon einer von euch? Ja, jetzt zwei sollten es anfänglichst nicht sein. Ah, komm her. Ih, wie die sich da verpuddeln. Ich würde den ja irgendwie gerne anlocken. Okay, die scheinen noch momentan unbeeindruckt zu sein. Ah, guck mal, der. Komm, 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 komm. Komm her. Oh, 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 oh. Das könnten ein paar zu viele sein. Ja, komm. Okay, den haben wir. Oh, oh, oh. Das hat wir getan. Kann man das essen. Weg hier, weg hier, weg hier. Halt, hör doch mal auf zu springen jetzt. Okay, dann geht der halt auf volle Konfrontation. Komm schon. Jawoll. Da macht er noch meinen Freund einen Sprung. Einer lebt sogar noch da unten. Wir haben nur noch Wolfschlebern zum Essen. Nee, das glaube ich nicht. So, wir gucken mal ganz kurz im Inventar. Und zwar kann ich doch hier das Essen tatsächlich wechseln. Und zwar hätte ich da lieber das Brot drin, als wir die Wolfschlebern. Genau. So, hier hätten wir auch noch einen liegen. Den sollten wir auch looten. So. Okay, mein Freund. Du bist der Letzte eurer Bagage. Komm her. Okay, den hätten wir auch. Der treibt hier einfach mal die Frist rum. So, und jetzt gibt's schon Loot. Oh Gott, was ist das denn? Rüstung. Okay, gewöhnlicher Gegenstand. Holz, Wasseressenz. Breitkopfbolzen. Das könnte interessant mal werden. Herausgerissene Seite. Erscheinungsabsurd. Okay. Ein Schwert. Hier hat etwas Leder. Silbererz nehme ich sehr gerne. Geld und noch mehr komische Rezepte oder Seiten. So, mehr kann ich ja auch nicht tun. Doch, kann ich. Welche Muskenpulver? Ist hier sonst noch irgendetwas von Interesse? Das Fass. Nein, sagt er, das hätte ich unspringen können. Oh, das sieht immer noch ein Pulverfass aus. Das hätte ich bestimmt hochhearen können. Wäre einiges leichter geworden. Oh, Plötze. Kommen sie ran? Oh, Plötze. Plötze hängt im Baum fest. Halt, jetzt bleibt doch hier. Mensch. Wahnsinn. So. Gut, nochmal kurz gucken. Nächster Ort von Interesse ist dann hier. Sieht mir sehr nach einem Baditen-Nest aus. ETC. So, mal einen Wegpunkt setzen. Und wir sollten wieder speichern. Halt. Schauen wir mal. Schwert kannst du wegpacken. So schön hier, die ganzen Rehe. Warte, was. Ein wunderschöner Tag. Uh, und... Ghule. Die direkt spitz auf mich sind. Okay. Wollen wir mal da absteigen. Na, komm mal her. Komm mal her. Vielleicht auch ein bisschen viele. Und die stehen hinten drin. Das ist nicht so cool. Da bist du rechtlich. Ja, voll, den haben wir auch. Den hässlichen Kollegen. Und jetzt. Ja, mehr. Na, komm. Den haben wir auch wohl getroffen. Oh, verdammt. Ja, ich würd sagen. Das klingt doch ganz gut. Oh. Oh, wir haben hier eine Gebetsstätte freigeräumt. Das ist natürlich cool. Und wir sind aufgelevelt. Sehr schön. Da haben wir doch was für die. Vollkommen getan. So, mein Blut lasse ich mir aber natürlich nicht nehmen. Ja, ich weiß, dass ich aufgelevelt bin. Jetzt kann man das Fenster mal wegnehmen. Wahnsinn. Das stört dann doch ein wenig. So. Dann haben wir das. Ein Kräuterkundler. Was? Hast du was Interessantes? Ah. Oh, der hat sogar sehr, sehr viel. Auch Rezepte, so wie es aussieht. Das ist das Manuskript. Weiße Möbel. Rezept zur Alkoholherstellung. Ah. Zwergenschnaps. Interessant. Oh, die sind aber gar nicht billig. Rausgerissene Seite. Gruftweib. Absolut. Jeder getötete Gegner beschleunigt bis zum Kampfende die Regeneration der Vitalität. Leibball. Okay. Ja, interessant. Aber jetzt nichts, was mich... Leibball. ... zwingend interessiert. Krieg ich hier irgendwas? Ist das... Bin ich jetzt Satan, wenn ich das mitnehme? Nein, ich möchte das nicht. Krieg das schlechtes Gewissen was an mir. Wir essen in unserer Not immer grün. Sie haben uns die Ernte weggenommen. So, hier hab ich Licht angemacht. Nur für euch. Ja, cool, cool.